Herzlich Willkommen zum Nachbarricht Spiels des Karlsruher SC beim 1. FC Köln. Endstand 4 zu 4. Damit kann der Karlsruher sehr zufrieden sein und behauptete seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Es begann Radio Flott ein spektakulär Spiel. Bereits nach drei Minuten ging Köln durch Waldschmidt in Führung. In der siebten Minute als die Tekken durch Dorn ist das 2 zu 0 und nach 15 Minuten war es wieder Dorn ist das 3 zu 0. Doch der KSC steckte nicht auf nach Schwachbeginn. Zweimal Mavi Warnicek verkürzte für den KSC erst auf 3 zu 1, dann auf 2 zu 3. Der KSC hätte sogar ausgleichen können. Doch Kurzverbot erzielte der Kölner Lämpere das 4 zu 2. Doch der KSC steckte zweimal nicht auf. Er entwickelte gleich ein richtig gutes Spiel. Leon Jensen erzielte das 4 zu 3. Und kurze Zeit später war es Mavi Warnicek erneut. Der machte das 4 zu 4. Es war nur ein richtig gutes Spiel. Doch ein Treffer wollte beiden Teams nicht mehr gelingen. Somit blieb es beim 4 zu 4. Ein Ergebnis mit dem der KSC gut leben kann. Der KSC steckte nach schwachem Start nie auf. Vier Gegentor sind zwar nicht besonders schön, aber wenn man ebenfalls vier schießt, ist das Gute. Das zeigt wiederum die Moral des KSC. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.